Das Boot ist für sportliche Aktivitäten. Man kann damit wunderbar fischen, man kann damit Wasserskifahren, Inselhüpfen und man kann also mehr oder weniger so richtig auf eine sportliche Fahrweise des Bootes nutzen. Das Boot hat eine besonders für Rauwasser geeignete Rümpfe. Hier bewegen wir uns mit 34.000 Euro, weil mit 200 PS, Mercury, Perrado, Kompressormaschinen. Untertitelung des ZDF, 2020